Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und in diesem Video habe ich mal wieder ein neues GTA Video für euch und zwar habe ich heute mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch, denn Rockstar Games hat gestern mal wieder eine neue Eventwoche in GTA Online gestartet, die ich euch heute hier in diesem Video vorstellen werde. In dieser Woche gibt es nur einen Geldbonus und einige Rabatte und das noch bis einschließlich nächste Woche Montag bis hin zum 10. Dezember 2018. Beginnen wir aber mit dem Geldbonus und zwar gibt es hier derzeit doppeltes Geld und doppelte RP auf den Gegner Modus Motor Wars. Und ja, dann war es das auch schon mit den Geldboni in dieser Woche, denn ich meine Motor Wars, da ist der Payout wirklich ganz gut, aber trotzdem finde ich, dass das Ganze doch ein bisschen wenig ist, da wir halt wie gesagt in dieser Woche nur einen Geldbonus, also auf Motor Wars bekommen haben. In den vergangenen Wochen hatten wir da wirklich viel, viel mehr Geldboni bekommen und deshalb finde ich das Ganze ein bisschen schade. Aber nun gut, kommen wir an dieser Stelle mal zu den Rabatten und zwar gibt es hier derzeit 35% Rabatt auf den Rocket Voltic, auf den Buckingham Luxor und auf den Savage. 30% Rabatt gibt es dann auf den FMJ, auf den GP1, auf den Osiris, auf den Taipan, auf den Reaper, auf den Elegy Retro Custom und auf den Vapid Dominator GTX. 25% Rabatt gibt es dann auf den Enos Trafford, auf den Partybus und auf das Luftschiff. Abschließend gibt es dann noch 35% Rabatt auf alle Luxus Apartments und auf alle Stelzenhäuser. Also die Rabatte in dieser Woche sind wirklich wieder extrem gut, aber trotzdem muss ich leider sagen, dass die komplette Eventwoche in dieser Woche doch eher mager ist, da wir eben in dieser Eventwoche nur einen Geldbonus bekommen haben und auch in dieser Eventwoche gibt es leider kein weiteres neues Geschenk fürs Einloggen. Aber nun gut, das soll es jetzt nun auch schon gewesen sein, habt auf jeden Fall noch einen tollen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und nichts mehr in Red Dead Redemption 2 und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao! Bis dahin. Dann dieola Krucke. Dann dieola Krucke. Dann dieola Krucke. Dann die den Josef-Maschelnkauf конце-German als Käuetta